...die sich qualifiziert haben für das Halbfinale und wir kommen bereits zum Lauf Nummer 2. Mit der 28 Sofia Konya aus Ungarn, Veronique Piron aus Frankreich mit der 15, Raja Zairejewa mit der Nummer 12 aus Bulgarien, Natalia Maliszewska aus Polen mit der 43, Martina Valciepina mit der 34 aus Italien und die Waldresdnerin aus Österreich, die hier in Dresden trainiert, mit der 2, Veronique Arvindisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.